Nachdem sich ein paar der hässlichsten Menschen des ARC Universums zusammengefunden haben, startet das Event. Aber seht selbst. Wir haben bis jetzt da oder nicht? Ja, wo bist du? Ich bin doch lange hier. Ja, ist okay. Ja, dann passt schon. Ich bin schön. Das passt ja. Rules Und Teams Wir können schon mal sagen, wir machen jetzt halt Teams, Dreierteams. Und es geht hier hinten bei den Schränken los. Rot ist Team 1, steht auch dran. Gelb, Team 2, blau Team 3. Und dann Team 4 ist Grün. Und da sind halt Schlafsäcke drin, die könnt ihr draußen schon mal platzieren. Und jeder zieht eine Hautrüstung an. So fangen wir erstmal an. Also jetzt wählt Dritte aus Team 1, dann Team 2. Team 1 wählt einmal Lucky Heavy. Und... Jatons Okay, stand doodle. Wir sind für dich, für dich, für dich, für dich, für dich, für dich, für dich. Einmal einmal zu den roten Schrank ist Team 1. Zur roten Schrank. Und die Hautrüstung rausnehmen und Schlafsäcke. Und dann Hautrüstung anziehen. Und Schlafsäcke. Und ich auch, ich auch, ich auch. Und BM. Die hässlichste sind eine... Team T3 ist... Team 2 ist SJ Und... Heike Backen jetzt Ja, Team 2 ist das jetzt Und... Matthias 0136 Einmal D für die gelben Rappen nehmen Nie bin ich im guten Team Wie heißt du? Naki Naki, 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 Naki Naki nah beim Saki, da ist er Teleport Player to me, jawohl Kuki, zack, da ist er Okay, dann Naki Schlafsäcke platzieren ist egal, oder? Der Naki ist gleich in Team 3 Ich hab jeden... Jeder hat 3 Schlafsäcke Wie viele Pfeile sind die denn hier? Egal, das war kein Naki, geh bitte zur blauen Kiste Und wo sich Sachen raus mit... Ja, hier guck Und... Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Und Frozen Age nicht, sondern Predator X Boah, Alter, das war nicht lustig Predator X Predator 1 Oder 1, wie auch immer X Maus ab Ich hab jetzt schon gesehen, dass da Böden drinne fehlen, Leute Was wurde hier schon wieder auf Boden geschmissen? Team... nächstes Team ist Master DJ Okay Ich kenne nicht Aramin Dann... Aramin Shindra Und Aramin Super Und... Chubi zack Nooo Man... Also ist ein Aramin jetzt noch orange oder grün? Das hat mich ertappt Aramin hat gar nicht gehand Doch nicht Wie viele sind da jetzt noch? Ja, ich Komm mal auf die Rampe Jason nimmst du mal an? Ja, Moment, ich war noch auf die Rampe Ja, dann waren wir blau haben hier Rotrampe Die die noch kein Team haben auf die Rampe, danke Wo ist grün? Da fehlen wieder zwei Leute Ja, du hast grün ausgelassen Oh, Entschuldigung Ja, ich hab sie gerade ausgelassen Ich sage, komm Haben jetzt drei rote, drei gelbe, drei orangen, drei blaue Dann kommt jetzt grün Mit... Da fehlen zwei Oh Mann, hier steckt mich nur mit Luke zusammen, ey André Der Waren und bist du da, oder? Das grün Der rechten Spinter Spinter Der Spinter, ja Die Piller Okay Rapfiller Und der... Rotchenacke Den haben wir jetzt aber noch... Rotenacke Rotchenkacke Ich spiel da mit dem Anken Okay? Der gelbe lasst ja nicht mal durch Das mit den Anwens geht Geht leider nicht Nee Entschuldigung Weil wir... Weil wir die Tiere geklebt haben und die jetzt nicht öfter sind auf uns Achso Was hier? Alles wieder alleine? Ja Kannst du mal? Ich bitte vorgehen, bitte Ja Ich hab am Boden Danke 1 6 9 12 15 15 Genug gelabert Jetzt wird es Zeit für... Action 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 Töten wir die Schildkröten mit Pfeilen oder mit Sperren? Kann man mit Pfeilen. Gegen so einen Schaden ist das nicht gut, ey. Äh, okay. Drei, zwei, eins, los. Ich lasse euch zwei rein. Rein dann. Ihr schafft die locker, easy so. Achso, dann. Sie locken sie zu dir. Alle tot. Down, ja? Dann... Zwei Leute sollten wir erreichen. Habt ihr Schaden genommen? Äh, wer noch das Fleisch... Ich hab's hingelegt, ich hab's hingelegt. Liegt draußen. Alles klar. So, alle tot. Oh, wir waren schon beschossen. Okay, jetzt würde ich mal bein nehmen. Ich mach auf und ihr zwei schießt schon rein. Und, geht's? Nicht so dicht rangehen beim... Oh, ihr habt ne Ameise vergessen. Echt? Links in der Ecke, A. Ist sie tot? Seht ihr da keine? Links in der Ecke. Da ist ja keine. Boah. Voll, kommt schon. Dritte. Es gibt noch eine. Da ist noch eine. Bei mir ist sie unter der Erde gewesen. Ich hab keine gesehen. Go, go. Okay, weiter geht's. Pass auf, du bist im Fluchfeld hier. Oh. Sorry, ich musste grad rumhocken. Alter, ich wurde angeschüßt. Angeschüßt. Guck. Ja, ihr sollt nicht so dicht an die Tore gehen. Ach, scheiß drauf. Lassen wir uns Zeit. Es geht eher mal darum, wie bei mir kommen. Ja. Mach doch einfach durch die Wand da, wenn das Tor auf ist. Ich geh rein, ich geh rein mit ihm. Nein, was? Der da? Ah, okay. Da hinten, der mag die Schildkröten. So. Dann Schildkröten. Die nächsten sind easy. Easy. Greifst du einfach zurück. Wer ist denn da schon wieder reingeflogen? Ey, ich raste hier gleich aus, Mann. Sorry, aber. Kann ja wohl nicht so schwer da machen. Ja, und ganz aufziehen bringt mir Schaden. Und geht weg. Oh. Ouch. Ich dachte, jubelst erwischt, ey. Sorry, sorry, sorry. Nice. Was kommt jetzt? Im nächsten Sinn einfach. Ah, jetzt kommt die Spinnen. Einer nächste, bitte. Mach ich. Ich bin da. Und keine Pfeile schieben. Genau, bleib einfach hin. Ich bin schon beim nächsten Tor. Sag, wen fertig sind. Fertig. Okay, ich mach das nächste Tor auf. No. Weg, 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 weg. Oh, der ist schnell. Seitlich wegspringen und zurück. Alter. Da hinten ist dann doch einer drinnen, ne? Ich weiß nicht, ob das der Akku ist. Ja. Zwei Hits eingesteckt, Alter. Ich muss da ein bisschen auf Afghanistan gehen. Ja, kämpfer nicht. Das passt. Haben wir. Raptoren mit Speeren, oder? Jetzt geht's los. Oh, ich bin eingepennt. Ja, okay, dann warten, ey. Wo bist du denn? Ich denke, die Zeit ist okay. Ja, scheiß drauf. Vorne liegt er. Ja, Doko, es steigt die ganze Zeit noch. Wir werden Ver-Sperre nehmen sollen für die. Ja, ich steig noch, aber es war ein bisschen langsamer. Ja, wir können ja werfen. Nehmen wir Speere, oder? Oh, ich muss was essen. Nehmen wir Speere, oder? Düh-Düh-Düh-Düh-Düh-Düh. Raktoren, ich gehe zu schnell in Speere. Ja. Wie viele sind das eigentlich, zwei oder einer? Ich weiß, in der. Weisst ihr was, ich forstfeede dich ein bisschen. Wachst du auch heute noch auf? Ja, wartet noch ein bisschen. Ich bin schon unter der Hälfte. Oder etwa die Viertel. Scheisse, wie lange das dauert. Ich forstfeede dich mit deinen Bären. Doch, alle. Friss! Friss sie alle! Hattest kaum noch Food. Ah, 15. Gar nicht wahr, das ging einfach. Du musst dich jetzt zurückhalten. Was, ich stell mich schon mal hin. Ja, wir machen das, Jan, ok? Achtung, wenn die rauskommen. Achtung, ich mach auf. Boah, ich werde schon angegriffen von irgendwas. Fast. Fast. Dann Tögen wieder raus. Boah, der zieht schon. Können wir den nicht töten hier schon. Der Schwanz macht übrigens Angst vor dem Strigo, ey. Wir können ihn durch das Tor töten. Theoretisch. Boah, ist der schnell. Ja, lauf. Boah, das war knapp. Ich hab gebrochene Knochen. Alter, ich hab gebrochene Knochen, ey. Ja, und du bist fit, ok? Wir machen das aus der Entfernung. Ja. 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 Da hat er auch geholt. Ja, ja. Und bitte, bitte weich nach rechts aus. Weich nach rechts aus. Nach links sind wir nämlich. Eintreffer. Der kommt, der kommt da eh nicht raus. Achso, das ist cool. Nicht vor mir herlaufen, Frozen Age. Du darfst ja nicht bewegen. Hahaha, Alter. Bewege mich am besten einfach nicht. Solange er nicht kommt. Oh, er kommt raus, oder? Okay. Ach, scheiße. Jan, wie viel leben? Ah, Budgies. Ich hab ihn voll. Okay, passt dann. Jetzt geht's los. Und dann noch gleich zwecklaufen, sofort. Ich mach auf. Die sind schnell. Oh, ich bin K.O. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Hahaha, sind wir schlecht. Voll wies. Bam, Alter. Hast du sie noch? Sehr gut. Ja. Ja, dann. Dann mach den Eich allein, ne? Alter, das ist unmöglich. Fang schon mal an, wieder zu spawnen, bitte. Darf ich den Arrow, äh, darf ich den Pfeil, den Bogen von Hunter nehmen? Weil mein Bogen nicht mehr. Ja, du kannst ja zwei nehmen. Mach doch. Du hast doch zwei Bogen genommen. Ach, ich hab ja zwei. Ja, ja. Frozen macht das jetzt alleine. Bis zum Abend. Du schaffst das alles. Mit Taktik geht das alles. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Nicht jetzt. Jetzt geht's los. Los, los. Ich will das sehen hier. Frozen kann sich in Endgame labern. Was soll ich porten? Okay, jetzt geht's los. Es geht los. Es geht los. Es geht los, ich möchte es mir noch anschauen. Ich sehe nichts, Alter. Ach, die rennen da rein. Dreh die Kamera. Rechts unter uns sind sie. Wir gehen rein? Ja. Wenn ihr in einem Drive seid, äh... Achso. Ja, kann man, ne? Ja klar, kann man. Alter, hört ihr auch die ganze Zeit die Idee los, ey? Einmal porten bitte, ey. Gar nicht. Moment, das ist grad spannend. Ich will's mir anschauen. Ich porte da. Ja. Wird die Zeit eigentlich gestoppt, wenn ein Gehege, sag mal, abgeschlossen ist und das zweite jetzt noch geöffnet muss? Ja, öffnet. Also wenn, wenn die jetzt, wenn, wenn jetzt am Gehege vier bei sind und alle sterben, dann haben die das bis zum Gehege drei geschafft. Wir hatten da eine Bon geraucht. Ja, ja, ja. Leutig auch. Genau, ja. Aber ich dumm gesehen, dass ich so ne kleinen Viecher direkt mit Fall und Bogen... Ja, okay. Also nicht die Third-Person-Kamera, die andere Option halt. Lol, echt? Ernst? Oh, lol. Und die kommen dann gar nicht raus, alles. Wenn der Elche trifft, ne? Lass' nur ein Image. Die tun schon weh. Ja, dann muss das rein... Oh! Boah! Boah! Ist der tot? Jawoll. Der ist tot. Danke! Joooooo. Joooah. Perseben. Oho! 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 Aho! Oho! Oho! Wir gehen die als nächstes hin. Ist er jetzt eingepannt? Die Schlange will irgendwie auf diesen Mongolen losgehen, die ganze Zeit. Ja, lasse. Eine blutet aus dem Arsch. Das sieht echt übel aus. Beide Bluten. Wer ist denn da hinten in dem Zaun drin? Ja, genau, in dem geh ich, gell. Oh, Alter, ist der übel. Boah. Katze, die sei voll übel. Boah, krass. Oh, zwölf. Was willst du denn da machen? Wegballern, bevor du siehst. Das ist schon interessant. Das ist mal ein Dodorex-Storm. Wahrscheinlich sind jetzt alle drei geblendet. Wenn ich einen Dodorex spawne, dann schmilzt der ganze Bau hier. Der beißt erstmal uns hier runter. Der Dodorex, den haben wir mal hier aus Versehen gespawnt. Der zerstört die Metallstrukturen. Ohne Scheiß? Boah, das sieht nicht gut aus. Der hört richtig schön in der Ecke. Wie ist der eine denn? Boah, der. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Oh, du. Ey, der eine hat mich gemacht, Mann. Das geht ab. Wie kann man da einen Schildkrönen verlecken ohne mich? Also alle jetzt auf Tobi achten, was er nimmt. Ja, genau. Was er für eine Scheiße baut. Na, vermisst ihr das aus, als wäre es oft. Wer ist Tobi? Der Dicke. Der Dicke. Der Dicke. Okay. Okay. Go. Nein, wir wollen nicht. Boah, der ist so gut. Er ist so gut. Boah, mein Gott. ESL Pro. Oha. Ah, jawoll. Und bam. Dick and made. Boah, zu ESL sage ich jetzt mal besser nichts zu dem Kackverein. Tobi. Ja, da haben sie zwei Ameisen übersehen. Oha. Wir sehen Tobi. Tobi, Tobi hat's gesehen. Der Dicke macht das. Der Dicke macht das. Oh, der Dicke macht's. Wie dürft ihr den nächsten aufmachen? Ich hab Angst. Der Tobi. Ich will nicht mehr auf. Guck mal, ich lasse da rein, Mann. Ach du Scheiße. Und schön sich selbst einen verpasst. Ja, los. Der Fettsack. Geht rein. Die hauen sich die ganze Zeit. Was macht ihr denn? Ja, die damagen sich nicht sich selber. Die passen überhaupt nicht auf. Boah. Ohaah. 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 Hab ich da grad fünf Metal Inglots gewonnen? Hab ich da grad fünf Metal Inglots gewonnen? Hab ich da grad fünf Metal Inglots gewonnen? Von Liedem. Ohaah. Ohaah. Wie kann man nur so vorraten sein, Alter? Das sind Aktentier. So, Werk. Du musst ja nicht unbedingt Lust haben kaputt haben, um zu sterben. Ja. Treffer auf verschiedene Teile kriegst, bis du auch tot. Entschuldigung. Entschuldigung. War's das? War's das? Nee. Noch nicht. Ach, tatsächlich noch? Ach, tatsächlich noch? Wir haben Zeit, halt. Wir haben heute gefressen, Mann. Ben. Hey, was denn jetzt? Hey, was denn jetzt? Jetzt sind wir überraschend. Was sind das denn? Was sind das denn? Ja. Kommt ja gerade, dass wir beenden können, Alter. Der lebt doch gar nicht, sonst wird ihn doch angreifen. Nee. Da ist er denn wieder hier. Wo ist Marco? Du ziehst Akku. Tobi. 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 Was? Tobi. 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 Was machst du da, Marco? Er ist schon so lange tot. Ich geh da jetzt rein. Ich geh da jetzt einfach rein und mach das. Ach, er ist tot. Nein. Sag ich noch. Du stolper auf unsere eigenen Füße und stirbst da weiter. Ich geh da jetzt rein. Hä? Nächste Gruppe. Tobi, das geil ist so, wie du bei den Dilos grapiert bist. Oh, jetzt seid ihr da. Türkis. Ich hasse Dilos, okay? Ich verlange nicht immer. Nein. Ich bin nicht wegen Dilos gestorben. Ich bin nicht wegen Dilos gestorben. Ich bin wegen, ähm... Ja, du bist wegen mir gestorben. Weil ich gesagt hab, du sollst... Ja, hast du recht. Türkis. Du sollst richtig... Ach, das ist Traps. Äh, das ist bitte. Äh, Tobi. Tobi, das Ding ist spätestens bei den Eichen, hätte ich dich selbst umgebracht. Ja, ich steh schon unten vor der Tür. Äh, ich versteh gerade nur... Ich versteh gerade gar nichts. Ich will einfach so doof, ein Passwort einzugehen. Tobi, willst du zu uns den Drive? Wir haben im Gefängnis im Keller. Da ist noch Platz. Das ist schwer, Tobi. Du bist der beste Mann des Spiels. Ja, in der Handkreis. Tobi darf den ganzen Tag craften. Craften, craften, craften. Aber keine Waffen. Und keine Dinos. Ja, das sowieso. Okay. Gute für Dinos. Ich räche mich dann einfach auf unserem Server. Ganz einfach. Wenn ich das hier nicht darf, dann eben auf dem anderen Server. Ja, ja. Ich hab mir überlegt, ob der... Ja. Oh. Aber Lucky ist beschädigt. Lucky würde jetzt sterben. Ja. Ja, Lucky hat Blutungsschaden. Lucky blutet jetzt aus. Also, sie müssen den töten und... Ja. Haben sie, oder? Nee. Ach nicht, aber... Der... Der... Lucky blutet aber nicht. Ja, da Lucky. Ich glaube, beide Blutungsschaden. Das war's. Der ist so gut gerade. Ja, da hat es... Der wechselt alle. Und geht zurück. Gott sei...